An die Spitze, wie Sportler erfolgreich werden und bleiben, das gibt es in diesem Buch nachzulesen. Unter anderem von Katharina Heinig, der Marathonläuferin der LG Frankfurt. Und bei der Buchpräsentation, da erfahrt ihr mehr. Und die ist am 4.11., also nächste Woche, im Eintracht Museum hier in Frankfurt um 19.30 Uhr. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Ciao. Ciao.